Es ist so kalt, man, Leute. Bei kalt machst du Pipi immer. Nee, Mann, ich mach nie den Pipi-Pool, Mann. Teufelstunde. Ey, aber echt nicht schlecht, oder? Lass dich ausleben bei so heißen Tagen. Gebt mal jetzt einen Daumen nach oben und schreibt Sommer in die Kommentare. Wie geil ist das? Das ist ein Pool, yeah. Ich würde sagen, mach mal ein bisschen Zeit drauf und melde uns gleich wieder bei euch. Ja, wir schwimmen ein bisschen rum. Leute, es ist schon über 20 Minuten vorbei. Nein, es ist nur nichts passiert. Gar nichts. Und deswegen haben wir uns überlegt, werden wir mit der GoPro jetzt unter Wasser nach Pepperwoods. Und vielleicht hat sie sich im Pool versteckt. Deswegen, Flexi, Mann, hier ist das Licht. Hier ist die GoPro. Wir schalten jetzt auf. Bist du bereit, Flexi? Und ihr seht uns gleich unter Wasser. Drei, zwei, eins. Oh, Flexi. Hast du nichts gefunden? Hast du nichts gefunden? Nein, ich hab nichts gefunden. Okay, halt du mal. Mach du mal, vielleicht findest du sie. Alles klar. Und? Drei, zwei, eins. Was seht mich, Schatz, Gibbein? Was? Ich seh gar nichts. Wie, du siehst nichts? Ich seh nichts. Ja, was machen wir jetzt? Hat die sich nicht versteckt? Ich stoppe, ich habe, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab, ich hab. Vielen Dank.